Vielen Dank für die Nominierung an Andreas von Dreispross. Ich bin Jäger, weil ich mich schon seit meiner Kindheit gern im Wald rumgetrieben habe. Es mir Spaß macht, mit richtig gutem Equipment zu arbeiten. Es super ist, mit den Jungs im Revier unterwegs zu sein. Weil es nichts im Leben gibt, wo das Herz so aufgeht. Weil ich die Natur dadurch real erlebe und ständig neue Zusammenhänge kennenlerne. Weil das Jagen mit einem guten Jagd und etwas ganz Besonderes ist. Jagen einfach spannend ist und mir viele wertvolle Naturerlebnisse bringt. Ich so an das leckerste und gesündeste Fleisch überhaupt komme. Und die Verantwortung vom Schuss bis zur Zubereitung in der Küche komplett selber tragen kann. Jagen te pas mehr. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und das ist sie für die Natur und diese Familie. Ich liebe dich. Vielen Dank.